Wir sind am Markt, wir wissen, was die Branche interessiert, stimmen daraufhin unser Programm ab. Das Besondere bei Sprengner der Veranstaltungen ist diese hohe Dichte an Wissen und vor allen Dingen diese Kombination Innovation Makler mit dem Bewerterwissen. Eine permanente Fortbildung für Makler ist sehr, sehr wichtig, weil uns die Qualifikation natürlich auszeichnet. Hier kann der Makler extrem viel mitnehmen und es sind neue Dinge, vor allem auch Dinge, die nicht seit fünf Jahren erzählt werden. Sondern auch neue Dinge, die er sofort morgen in der Praxis umsetzen kann. Die Sprengner der Innovationstagung ist für Makler so wichtig, weil wir halt genau die Themen aufgreifen, die den Markt aktuell bewegen. Es ist eine ideale Plattform, um in den direkten Kontakt mit Kunden zu kommen. Die Referenten fühlen sich sehr wohl, die Kumpel fühlt sich sehr wohl, der Austausch zwischen allen findet gut statt, Networking funktioniert. Die permanente Fortbildung für Makler ist einfach wichtig geworden, weil sich der Markt permanent verändert. Wir nehmen gerne an diesen Innovationstagungen teil, weil auch unsere Kunden hier vor Ort sind. Ich habe auch gemerkt, dass es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Nutzen gab. Der Makler befindet sich in einem Maklerumfeld, was von schnellem Wandel geprägt ist. Er muss sich immer neuen Herausforderungen stellen, er braucht neue, innovative, frische Lösungen. Er muss querdenken, Perspektivenwechsel, alles das sind ja Themen, die wir heute aufgegriffen haben. Bei der Sprengnetter-Veranstaltung ist es so im Gegensatz zur Expo, die auch parallel läuft, dass wir regional sein können. Wir können mit den Kunden, die hier vor Ort sind, aktiv sprechen. Der Windbewerb ist hoch und man muss halt immer gucken, dass man vor allem dabei ist. Die Sprengnetter-Tragung unterscheidet sich deutlich von anderen. Wir finden, oder ich finde, dass es hier eine sehr familiäre Atmosphäre ist. Die Art der Kunden, wer hier ist, unterscheidet sich deutlich von anderen Veranstaltungen. Die Zeiten ändern sich, die Märkte ändern sich, da sollte man sich ständig weiterbilden, um neues Wissen zu erlangen. Nur so kann man sich voneinander abheben. Stillstand ist kein Fortschritt. Die Innovationsveranstaltung ist tatsächlich zu einer wahren Innovation geworden und gewachsen. Also ich glaube, dass die Teilnehmer hier extrem viel heute mitgenommen haben, extrem viele positive Eindrücke und extrem viele Pfeilbeispiele, Praxisbeispiele, die sie sofort morgen umsetzen können in der Praxis. Und ich glaube, für jeden Einzelnen hat sich das hier gelohnt. Die Leute sind begeistert. Es werden viele Notizen gemacht. Die Stimmung war toll. Ein fantastisches Publikum, fantastische Immobilienmakler. Mehr kann man dazu nicht sagen. Eindrücke Und ihr habt.